Ach ne, jetzt ist er verreckt, ja. Echt? Der lag doch. Hä? Ja, manchmal legen die sich doch hin. Kannst du looten. Was macht denn der für Geräusche? Oh, da sind wir ja gleich am Fluss. Ja. Da ist ein Zaun, ja? Hier hinten ist die Mühle. Da ist ein Zaun. Wollen wir zur Mühle? Ja. Ach, da können wir mal gucken, da kommen zwei hier entgegen. Können wir abknallen. Ja. Hier hinten ist doch glaube ich ein Sporn. So, jetzt geh ich aber auch mal auf den Top. Bis gleich. Bis gleich. Hier hinten war es glaube ich noch nie. Also so an dem Tor. Nicht? Ne. So. Das kenn ich jetzt hier. Ich geb rechts, ja. Ja. Warst du grad auf Holz? Ja, hä? Ja, das war hier so ein Baumstamm. Nicht das hier welcher. Im hölzten Sinister. So. Hier gibts nichts mehr. Okay. Nee. Da war ein Helix. Brauchst du jetzt sowas? Nee. Jetzt kommen wir zum Dorf, oder? Dann gehen wir hier vorne hoch. So. Könnte ich auch vorschlagen. Könnte ich auch vorschlagen. Ja. 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 Da drüben ist ein Hatchling. Wo? Da drüben ist blöd, an dem Container. Ich kann mal gucken. Ich komm jetzt hier an den Hügel hoch, ich höre dich. Ach da drüben, nein da warst du ja auch nicht. Ach da, ich seh dich auch ja. Nein! Da läuft es innen, ne? Ist okay. Sehr theatralisch umgefallen auf jeden Fall. Ja! Das hab ich mir aufgefallen. Wollen wir rüber? Ja, los. Ich geh links zur linken Seite. Okay, ich geh rechts. Da vorne ist die Brüte. Ah, das lag auch. Wollen wir hin? Schnell. Hier bin ich auch noch nie ausgehoben. Da müssen wir aufpassen wegen Scavs, ne? Die tauchen dort einfach manchmal hinter dir auf. Ja. Du bist da schön am Looting und auf einmal steht ein Scavs neben dir. Dann läuft es innen. Links, 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 links. Was heißt denn links? Das war Matze. Ach das war Matze? Ne. Ach so, ehrlich? Da vorne am Zaun? Da alleine? Ja, das Matze. Ja, das bin ich. Boah. Alter. Ich hätte mich geschossen, aber ich war kurz, weil du so weit weg warst. Ich weiß nicht, wo ihr dann immer bleibt. Ich renne ganz normal. Ich bin ja nur noch den Jusim Bolt oder so. Ach so, Beutel. Dein Zeug hier. Hab ich noch im Rucksack. Ja, warte mal. Ich hab ja gerade Augmentin gefunden. Ja, gell? Wo ist Benji? Ich bin am Kloß. An dem Kloß? Ja, wie soll ich noch sagen. Da wo die, 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 die. Die Container zweistöckig sind. Ach so. Okay. Für euch, glaube ich. Ja. Boah. Ich hab 100.000 jetzt. Oh nein. Ich hab ungefähr 160.000 jetzt gerade eigentlich schon. Ich hab Zucker gerade gefunden. Hat jemand einen Schlüssel von ZB-14 mit? Ja. Ja. Können wir ja dort raus, oder? Ich hab auch noch einen. Wenn du den mal haben willst, Beutel, kannst du den mal mitbringen. Ich hab ja einen gelooteten Dacken mit den hebst du für dich offen. ZB-14 würde ich fast nicht hammer, nur so. Warte mal. Wir haben... Fridge Extraction. Ich bin... Spinnst du mit dir, oder? Hey, du Mlack. Wir sind gleich nicht. Wir attacken, blöd. Ich sehe nicht. Habt ihr einen? Ich hab ihn. Super. Hm. Dann tauchen jetzt hier aber gleich noch mehr auf, weil... Weiter hier. Hier ist ein Marlboros. Boden? Äh, hier. Am Eingang. Auf dem Stuhl. Sehr geil, danke. Ich durfte Zufall gesehen jetzt gerade. Was ist denn hier? Du warst da auf dem Klo, Benji. Hier liegt Marfin. Ich hab nicht gesehen. Ich dachte, das Klopapier kannst du mitnehmen, aber es ging nicht. Ja, da ist der nächste Scrap. Ist okay. Habt ihr ihn? Ich weiß nicht. Irgendwie hat er den Schrie? Nee. Jetzt. Jetzt. Ich hab ja einen Scheiß. Okay. Ich sehe ja keinen. Wo seid ihr? Ich bin hier in der Nähe vom Klo an dem gelben Zelt, wo man nie reinkommt. Okay. Bist du oben in dem Container? Nee. Ey. Das geflebt doch noch. Ich hör was. Noch einer. Ich geh mal rein. Ja, ich sage, die kommen ja dann übelst ins Charme. Wo seid ihr? Ach da hinten. Ich bin hier vorne am Ausgang. Ich würde mal hoch gehen. Ach nee. Jetzt ist er verreckt. Ja. Echt? Der lag doch. Manchmal legen die sich doch hin. Kannste looten. Was macht denn der für Geräusche? Ich bin oben. Hä? Der macht immer noch Geräusche, hä? Ich geh mal gucken. Hm. Was ist denn der? Was macht denn? Ich hör in. Ich hör in. Down. War der noch am Leben? Da lag noch einer. Ich dachte der war tot, alter. Der hing hier am Stacheldraht, der Idiot. Ach so. Das ist ja witzig. Oh, der hat so ne Plug-Maske. Ist die gut? Ja, die ist teuer. Also du kriegst jetzt richtig Kohle. Ja. Und die brauchst du auch für Kappa. Glaub ich. Hm. Obwohl Beutel wahrscheinlich nicht Kappa machen wird. Wenn wir es nicht mal machen. Kappa. Alper. Na der Container. Der Große. Da musst du alle Quests erfüllen. So. Also ich. Na dann wollen wir. Ja, wo müssen wir lang? Hier. Hier hinten raus. Okay. Da hast du geftet. Wannst du da rein Matze? Ne plus durch. Hinten rum. Oh. Wassen. Stopp. Stopp. Steppes. War ich bestimmt. Oder? Ne. Bist du falsch? Ja. Ist hier schon jemand drinnen von uns? Nein. Wir liegen hier draußen vor der Mauer. Nein, wir liegen hier außen vor der Mauer. dann kommt man mit zur verstärkung hinten rein ach so dort seid ihr ok wo ist der wichser hin der ist hinterm haus zu fett ich liege wieder im gebüsch wie immer oh 7n 930 munition sehr schön mist warum ich nicht reingehaut willst du die hand ne behalte sie ich verkaufs auch bloß ach so ich leg sie rein ok danke so gut ich muss nicht bleiben wie ein schwein das ist gut die 30 habe ich ja fast die 30 habe ich gerade wieder aufgeladen sehr schön danke so dann gerade aus der seegemühle das hat sich angehört wie von hinter mir aber das ist eigentlich dieser ja wir gehen nicht rein wir sind eh voll ich würde hier rechts am Dings vorbei rennen höre ich in einer Stau benji haut dich ins gebüsch aber ins gebüsch da liegt er mitten auf dem weg mit seinem blauen oben nicht mal im gras also ich bin da voll Ich bin schon so krass überladen, dass ich es nicht mehr regeneriert beim normalen Laufen. Alter. Kann da jemand wieder nicht den Hals vollkriegen? Oder hast du einfach bloß nicht so viel Stärke gelevelt? Eigentlich. Ach, du bist doch auch schon Level 39. Eigentlich. Ich muss ganz was Stärke haben. Ich muss doch mal gucken. Stärke habe ich Level 11, kurz vor der 12. Du hast links was gehört? Stärke habe ich. Ach, Level 7. Ach so. Dann muss ich ja was finden, wie blöder. Ist das so plötzlich Straschen? Ja, klar. Ja. Du musst Granaten werfen wie ein Weltmeister. Ach so. Macht mich nicht überwild. Ja, alle beide. Wir haben wieder Stärke levelt. Oder Leute totschlagen mit der Axt. Wie gesagt, ich habe alles von links gehört. Also, super. Aha. Also, aus den richtigen Häusern. Steht da oben jemand an der Straße? Ich gehe schnell hin, bezahle. Benji, komm. Ich habe bezahlt. Ja. Jetzt schießt. Oi. Hallo? Beutel, du musst noch bezahlen, oder? Ja, ja. Dann geh mal dort weg. Bis ich freie Bahn habe. Komm dann schnell wieder runter, beide. Die laufen es, Geft. Ja, die waren das nicht. Alter. Alter. Wo kommt es denn her? Schauen es dann, Granate. Rockenwofen da hinten. Ach so. Alter, rum, Alter. Mein Gott, nochmal. 60 Sekundenbeutel, kommt doch jetzt mal hier ins Extra. 50, 40 Sekunden. Ja, kein Stress. Oh, nee, ich habe noch nichts bezahlt, doch. Ja. Jetzt hast du bezahlt. Oh, raus, Alter. Ich habe jetzt eine Puder-Munny auf den bestimmt. Der hat ja nicht mal eine Panzerung. Ich verstehe es nicht, warum die nicht umfallen, die Drecksgäfs. Ich verstehe es manchmal auch nicht, Alter. Boah, da ging mir jetzt eine Pumpe. Ich dachte, es war ein Gegner. Ich dachte, hey, wieso denn hinter uns? Du hast doch in die Richtung geschossen, woher kommen sie noch? Ja, genau. Das war komisch jetzt, ja. Der muss dort gerade gespawnt sein. Ich habe halt eine Granate geschmissen, dann habe ich gehört, okay, es ist ein Skeff. Das war schon mal ein bisschen beruhigt, doch. Aber dann wollte der einfach nicht umfallen, der Idiot.